road to ranked hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge road to ranked hier ist entertainment jura mit dodo wir sind bei der fünften folge road to ranked und wir spielen wieder graves hoffentlich bekommen wir heute zum rang 5 dass wir endlich gegen richtige gegner spielen können ja wir geben uns das beste ist das erste game war nicht so toll gegen bots verloren ja was haben wir machen also das haben wir denn dabei eine es mit berry und hier okay jinks ein timo aber das ist ein dax timo wahrscheinlich das ist ein smurf der giant skin mit tp und ignite und thunderlords alles klar ein bisschen leidestellen also der timo ist mindestens 18 denn er hat schon von der lords also eine voll ausgebauten meisterschaft zu bauen und wir haben irgendwie 3 adc aber egal so ich hoffe es mal die jinx macht mit in den busch zu gehen dummdi dummdi dumm jinks jinks hallo du sollst da hingehen cieh Oh, ich hab's hatte. Oh, ich hab's hatte. Auf auszusehen. Mit Ubuff. Einfach mal Hallo sagen. Nein, ach war das dumm, hallo, warum machst du nur nix? Das wär ein EASY W gewesen, aber nein. 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 Ich habe Covered in Brand Cream. was macht dann keiner mit please help me when I am going in 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 Endlich haben wir mal ein Kill hier. Ja, der Timo. Der erzählt einfach alles. Ja, der Timo, der Timo. 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 Was baut Varus eigentlich? Okay, da hat er auch alle Schaden. Und die bauen alle Affe. Sehr cool. Peace, Alter. Ich habe auch 900. Oh nein. Oh. Timo, willst du nicht mal den Tower holen oder so? Timo. 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 Nein, ich bin nicht mehr draufgekommen. Alter, ich will mich bearschen. Och man, ich bin nicht mehr draufgekommen. Alter, warum macht der so viel Schaden? Warum ist der Level 11? Varus, was hast du gemacht? Nee, ich hatte was... Warum? Okay, jetzt push'n wir mal hier. Oder hier. Okay. 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 Oh, Timo ist da unten vorbei. Timo ist da unten vorbei. Timo ist da unten vorbei. Okay, Victor. Ja, Timo hat seinen Spaß. Gut, man denkt aber auch. Könnte ich auch mal weggehen. Alle 1,5. Mhm. 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 Okay, die pushen da oben. I will stick it now. Ah, lauter Schalmauz. Ah, lauter Schalmauz. Ah, lauter Schalmauz. Ah, der Brand. Warum ist der so stark? Why is Brand so strong? Oh. Oh. Ah. 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 Und jetzt ist es ein Squishy. Loll Loll Ah, ich bin nicht falsch, richtig Das ist Zeit, äh Ah, ich bin zu schlecht, ich bin zu schlecht Hm, das holen wir für Schuhe Die hier Das holt bitte 5, 6, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 7, 8. 9, 8. 10, 8. 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 18. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, wieder beendet den Scheiß. Ja, wieder beendet den Scheiß. Na ja, nicht so gut, aber ist ja nur ein Podgame. Team hat gecarried. Läuft. Also dann, bis zum nächsten Mal zu einer Weihnachtsfolge Road to Ranked. Ich bin der Entertainment to Death hier mit Doro. Ciao.